Also wir sind Empty Hourglass. Ja, und ihr solltet unsere Musik hören. Was spielen wir denn jetzt? Modern Metal oder Metalcore? Wir spielen Modern Metal. Am 29. März veröffentlichen wir unsere erste EP Broken Water. Und einen Tag davor, am 28. Kannst du das bitte ohne ironischen Unterton sagen? Hey, am 29. März veröffentlichen wir unsere erste EP Broken Water. Am Tag vorher spielen wir im Stagehouse eine EP-Release-Show. Und die erste Single der EP, My Vision of a God, ist ab sofort verfügbar auf allen Streaming-Plattformen. Oh, ne Voicecrack. Und? Ach nee, ich wollte das gar nicht sagen, weil dafür habe ich ja extra diesen Trailer gebaut. Ich sage dann einfach, hier ist der Trailer. Und wir haben da noch was anzukündigen. Schaut mal hier rein. END 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 Untertitelung des ZDF, 2020